Frau Postl, Sie sind seit 14 Jahren in der Rolle der Hauptkommissarin Inga Lürssen zu sehen. Was für ein Verhältnis haben Sie zu Ihrer Figur entwickelt? Ein gutes, ein sehr inniges. Man wächst ja rein in so einen Charakter und das dauert auch manchmal ein bisschen, bis man so alle Ecken und Kanten lieben gelernt hat. Und wir sind jetzt sehr verwachsen, die Inga Lürssen und ich mittlerweile. Ich spiele die unheimlich gerne. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie müssten als Kolleginnen zusammenarbeiten, was würde Sie an Inga Lürssen nerven oder welche Eigenschaften würden Sie vielleicht auch an ihr schätzen? Also schätzen würde ich an ihr, glaube ich, ihre Offenheit, ihre Direktheit, ihre sehr sozial engagierte Haltung. Was mich wahrscheinlich nerven würde, wäre, dass diese Frau ein absoluter Alkoholik, das ist natürlich ein freudscher Versprecher gewesen, ein Workaholic ist. Also jemand, der sich zu 180 Prozent in den Job und in die Arbeit stürzt und eigentlich überhaupt gar kein Privatleben mehr zugelassen hat, sodass sie dann im Endeffekt auch gar keins mehr hat, was natürlich betrüblich ist für Inga Lürssen. Sie haben gerade das soziale Engagement schon angesprochen. Inga Lürssen ist ja schon so ein bisschen so eine ehemalige Linke, die dann eben bei der Kripo-Karriere gemacht hat, sich beruflich etabliert hat, so vom politischen Engagement ins Establishment. Ist das aus Ihrer Sicht auch so ein bisschen so eine typische Bremer-Biografie? Vielleicht. Wobei ich jetzt sagen würde, sie ist keine ehemalige Linke. Sie ist sicher von ihrer Gesinnung her immer noch sehr linksliberal unterwegs. Und es ist nicht etwas, was sie ad acta gelegt hat und sich etabliert hat, sondern etwas, was sie immer noch umtreibt und immer noch bewegt. Insofern kann man da eigentlich, was ihre politische Vergangenheit und ihr Engagement betrifft, nicht in der Vergangenheit reden. Ich glaube schon, dass das vielleicht eine Verwurzelung ist, die man hier in Bremen auch häufiger trifft. Das denke ich schon, ja. Sicherlich gibt es ja im Drehbuch auch manchmal Sätze, die Sie gerne ein bisschen verändern würden oder Stellen, an denen Sie auch anders reagiert hätten. Wie viel Einfluss haben Sie denn als Schauspielerin auf das Drehbuch? Wenig, ehrlich gesagt. Nun haben wir zwei sehr, sehr positive Faktoren. Nämlich, dass die Annette Strehlow, unsere Redakteurin, eigentlich von der ganzen Haltung her ähnlich gelagert ist wie ich. Und zum Zweiten, dass sie natürlich unglaublich viel Wert auf sehr, sehr gute Drehbücher legt. Also das, was am Anfang so negativ klang, dass ich gesagt habe, ich habe wenig Einfluss, ist im Grunde kein großer Konfliktherd, weil die Bücher sind halt immer ziemlich super. Und die Dialoge, die wir sprechen, sind auch sehr gut. Also man muss da nicht anfangen, wie oft bei anderen Fernsehproduktionen, und sich morgens hinsetzen und sagen, oh Gott, was rätst du denn da wieder? Also das ist bei uns anders. Also das findet schon alles auf einem sehr hohen Niveau statt. Manchmal würde man sich natürlich gerne Sachen mundgerecht machen. Das ist ganz klar, weil es auch einfacher wäre, das dann zu spielen. Aber wir spielen ja nun mal nicht uns selbst, sondern das ist halt eine Figur, die man darstellt. Vielen Dank für das Gespräch.